Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte am Nachmittag ein Verkehrsunfall auf der Friedrichsdorfer Landstraße in Eberbach. Eine Autofahrerin bog in die L2311 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Kleinlasters, der statt auswärts fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Insassen des Iveco-Transporters verletzt. Die PKW-Fahrerin blieb dank ihrer Airbags unverletzt.